Viel Laude. So Dennis, bist du bereit, ein bisschen Karten zu zocken? Ja, normal, Alter. Dennis, das ist hier kein Rap-Video. Du hast doch gesagt, wir zocken Karten. Ja. Uno. Jedes Mal Uno, Uno, Uno. Nee, auch mal dos tres. So, dann erst mal mischen. Was denn zu mischen? Das ist die beste Mischtechnik, ist wissenschaftlich erwiesen. Zu mischen die Kinder im Kindergarten, Mann. Ja, die wussten, wie es geht. Äh, Momentchen, Quintchen, ne? Vorm Austeilen einmal abheben. Was wird abgehoben? Spielen wir doch um Geld jetzt oder was? Nein, die Karten werden abgehoben. Digga, Alter, du bist langsam abgehoben. Jetzt schön war dein Leben jetzt. Ja, was gibt es sieben mal sieben? 49, Mann. Nein, groben Sand. Soll ich dich jetzt schlagen oder gleich? Also, wenn man sieben mal siebt, also Sand. Und wie geht Uno? Äh, wie Mau Mau. Wie geht Mau Mau? Wie Uno. Digga, Alter, ich werde langsam aggressiv jetzt. Dann hast du Uno verstanden. So, Dennis, ganz wichtig. Egal, was jetzt gleich passiert, das ist ein Spiel. Ja, nichts persönlich nehmen. Ja, ja, klar. Weißt du, was ich nicht verstehe? Warum spielt ihr Armands jedes Spiel mit Aggressionen? Mensch, ärgere dich nicht. Uno, Völkerball, was ist los mit euch? Na ja, weil wir eben recht gut mit unseren Emotionen umgehen können. Ach so, ja? Hier, zieh mal zwei. Alles gut? Ja. Und was wünschst du dir? Den Weltfrieden, ein Mittel gegen Krebs und dass die Tanja von nebenan das Treppenhaus in Zukunft nackt putzt. Rot. Man kann keine 4+, auch eine 2+. Wo steht das? Das steht im Regelwerk. Du hast jedes Mal ein Regelwerk dabei. Das meinst du nicht ernst, oder? Doch. Kleinen Moment. Jetzt gucken wir jetzt nach. Es macht das doch gar keinen Spaß zu spielen. Jedes Mal das Gleiche, Alter. Hallo. Ja, hier steht, es geht nicht. Zimmer 4. Ich hab nachgelesen, es geht nicht. Willst du auch nachlesen? Okay, dachte ich mir. Gewonnen. Pures Glück. Gewonnen. Können eben. So, Sportsfreund. Fahren wir mal die harten Geschütze auf. Boah, heftig. Du hast es mir krass gegeben. Tja, wenn er sich mit dem Stier anlegt, kriegt er auch mal die Hörner gezeigt. Ja. Dann zieh mal, du Stier. Stier. Das sind nagelneue Karten, Mann. Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Boah. 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 Was wartest du die ganze Zeit? Du hast vier Karten gezogen. Ja, plus vier. Ja, leg mal hin jetzt. Kann ich nicht. Dann zieh eine Karte, Mann, Alter. Du kennst doch das Spiel. Boah. Boah. Ich wünsche mir ... Du kannst dir alles wünschen. Ich hab alle Farben. Ich hab so viele Karten und ich hab rot ganz viel auch. Ich seh nur noch rot quasi. Du siehst nur noch rot? Mhm. So viel rot. Boah. Aber du kannst dir alles wünschen. Also wünsch dir was du willst. Rot. Nein! Nicht rot. Das war umgekehrter Psychologie. Hat dir super geklappt. Leg mal jetzt. Ja, kann ich nicht. Rot. So, Dennis. Was sagt der Italiener, wenn man ihn fragt, wie alt er war, als er das erste Mal Aperol getrunken hat? Uno. Das ist gegen die ... Das ist gegen die ... Das ist gegen ... du ... ähm ... also ... Hast du gehört, in Würselen hat sich mal einer tot gemischt? Wie kann man sich denn tot mischen? Also das war ein Witz. Also man kann ... also ... das sagt man, wenn einer sehr lange mischt. Total komischer Witz. Super. Ach, lustig. Uno. 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 Ja, Kollege. Du hast nicht Uno gesagt. Sportsfreund. Was ist los? Kollege. Muss nach vierzehn. Sportsfreund. Was? Hast du einen Schenkelklopfer? Was ist los, Mann? Schimmer halt. Guckst du so komisch. Mama? Uno. Ich bin der Uno Bruno. Ich bin der Uno Bruno. Ich bin der Uno Bruno. Boah, Bruder, Gänsehaut. Boah, der hat echt maximum ekelhaft. Ja, wirklich. Uno. Ich bin der Uno. Er war das echt hart. Ich tue, sorry. Das riecht ... du kriegst so Gänsehaut. Weißt du was schon? Ja. Ich glaube, selbst das Licht schämt sich, Alter. Yo, Mensch ärgere dich nicht. Hat unser lieber Alman natürlich auch schon gezockt. Das könnt ihr euch hier anschauen. Oder ihr seht euch vom Browser-Ballett eine eigene Version an. Mensch ärgere dich für Wutbürger. Viel Spaß mit dem nächsten Video. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschö mit Ö.